Ich habe ein Postgraduate in Lausanne gemacht, im Bereich Luxus-Zusehen und wir haben sehr intensiv mit Firmen zusammengearbeitet, das war alle praxisbezogen. Das erste Projekt war mit einer französischen Porzellanmanufaktur, Bermondon und die Aufgabe war, wir sollten ein neues Dekor für ihre vorhandene Kollektion entwickeln und da die die ganzen Muster auf ihren Tassen und Tellen eigentlich nur noch per Computer entstehen. Da habe ich mich entschlossen, also zurück zum Ursprung und das ganze ein Muster mit Hand, wie gesagt mit Fingern auf eine Lade aufzutragen. Hier bin ich in Limoges, direkt in der Manufaktur und das nennt sich dann Traces und verschiedene Farben ausprobiert und das ganze wurde auch in Paris ausgestellt und in Lausanne. Nächstes Projekt war etwas freier, wir sollten die Luxury-Management-Studenten aus Lyon kennenlernen und die Aufgabe war, für eine Marke, also die Ferrari, haarpfühlige Produkte zu entwickeln. Ja, das war jetzt per Zufall, wir mussten Pferd ziehen und dann haben wir uns gedacht, das ist ganz logisch. Hier sieht man schon das Pferd. Wir machen ganz einfach Haarpflegeprodukte. Und das ging eigentlich nur darum, dass wir uns kennenlernen. Das war mein Spaßprojekt und wir haben also so den Austausch-Design-Management gemacht. Und hier ging es darum, also sportliche Pferdehaarpflegeprodukte zu machen, wie den Handschuh, das ist eine Bürste, dieser Schweißwischer, der gibt wirklich für Pferde. Es schaut aus wie ein Fensterwischer. Und eine kündigene Jacke, also wo man den Balsam auf das Haar schminkt. Nächste Arbeit, das ging um Souvenir und ich habe mir so eine klassische Schneekugel ausgesucht, die ist eigentlich sehr normal, also günstig und die ist wirklich ganz klein. Und ich würde das Ganze etwas exklusiver gestalten. Die Inspiration waren die Berge rund um Lausanne, wer schon mal dort war, kennt das unglaubliche Panorama. Und ich wollte die Berge, die Felsen in diese Kugeln reinbringen. Das sind Aluminium, also das wurde aus Aluminiumblöcken rausgeschnitten. Also das habe ich gemacht mit einer Metallsäge und ein Teil dauerte für einen Tag lang, also dann wirklich das Aluminium zuzuschneiden. Dann ging es darum, die Glaskugel zu machen und das wurde im Mund geblasen. Und ich habe jetzt nicht diese klassische Rundeform, sondern verschiedene, also organische Formen gewählt, das auch möglich. Und hier sieht man den See, das ist die Aussicht von Lausanne. Ein riesiges See und unglaublich. Da wollte ich eben... Hier sieht man den Größenvergleich und das ist diese Kugel hier. Schauen Sie einmal sich drum. Das ist der Schnee. Und dann sieht man noch ein paar Größen und Farbvariationen. Das sind alles so in Pestellfarben gehalten. Einmal links sieht man aus wie schlumpf und dann diese Lele ganz rechts flach gedrückt, das sieht man jetzt nicht so gut. Und der Schnee rieselt. Wirklich. Nächstes Projekt für eine französische Kristallglasmanöfaktur. Die ist in der Nähe von Elsass. Da ging es darum, wir sollten für den 170-jährigen Geburtstag dieses Glases uns was einfallen lassen. Und die Firma wollte in Mainland zum Salon in dem Mobil ausstellen. Und meine Idee war dann, ihre Kristallglas-Tiere zu verwenden und die zu verkleiden. Und die sollten dann die Party schmeißen für dieses Glas. Und ich habe Kostüme angefertigt. Teilweise aus Papier. Aus punkten Zuckerstreuseln. Aus Schuhbändern. Und das ist auch schon das letzte Bild. Dann kommt das Video, das in Mainland gezeigt wurde im März. 0004. 0005. 0001. Umаем Highland-achen. 0005. Was ist das? Vielen Dank.